Hallo, herzlich willkommen und willkommen direkt zu. Jula. Ja, ich habe mal wieder, ja, bei seinem Hinterhaus geliehen. Ja, okay. Man kann, du bist mir wieder eine, eine Aufnahme kaputt gehen. Ich hole mir eine, eine Socke, ja? Warte, jetzt. Nein. Ja, ich bin doch so doof. Ich komme gleich wieder da. Wohin? Du bleibst aber, du bist da drüben. Oh mein Gott. Ja, eine, ja, okay. Ich habe dann schon Info-Wieder aufgenommen. Okay. Wo soll ich hingehen? Geh, geh zu deinem Schrank, Steve. Nein. Jetzt. Ich hole einen Steffi. Ja, ich mache mal geschwünschen Kleinkant. Ich sage bis zum nächsten Mal und bis gleich.